Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. It's the Englishman. Heute Olly Murs und Dear Darling. Heißt übersetzt, mein lieber Schatz. Olly Murs schreibt einen Brief an seine Ex-Freundin. Ich habe an diese Bar gedacht, in der wir was getrunken haben. Wir sind an das weiche Sofa reingesunken. Die Hoffnung in deinen Augen hat mich verzaubert. Also, es fing alles gut an, ist aber jetzt kaputt. Mit diesem Brief will Olly Murs einfach mal sagen, dass er die Frau liebt. Und alles, was er mal gesagt hat, ernst gemeint war. Und wenn meine Worte durch die Wand brechen und dich an deine Tür treffen, alles, was ich sagen könnte, wäre, Mädchen, alle meine Worte waren ernst gemeint. Mehr Text ist nicht in diesem Song. Außer der Refrain, der viermal kommt. Mein lieber Schatz, ich muss mich für meine Schrift hier entschuldigen. Ich bin heute Nacht alleine. Mir ist so kalt, dass meine Hände zittern. Ich vermisse dich. Du bist nicht hier und das tut so weh. Niemand kann verstehen, was wir durchgemacht haben. Es war kurz, es war süß und wir haben es versucht. Besser versuchen und scheitern, als von vornherein zu sagen, nein, das wird nichts. Das muss jeder für sich entscheiden. Olly hat es gewagt und verloren. Dennoch geht das Leben weiter. Dear Darling und alle anderen Folgen von Was heißt das auf Deutsch könnt ihr jederzeit anhören. Und zwar in unserer Mediathek auf www.radiosaw.de Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.